So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge M-M-Metal-Blob-Solid So, offensichtlich müsste ich jetzt Nightzone alle haben Nightzone Geht's hier noch irgendwo weiter hoch? Nö Gut, das heißt ich kann jetzt hier runter und da hinten muss ich noch ins Wasser und dann kann ich mir eigentlich den Dinger holen An wie viel Mias habe ich eigentlich? Erforsche die Überflute Gegend Ich meine, da ich ja eh gerade hier bin, kann ich's auch im Prinzip gleich machen Jedes Mal echt Ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, warum ich jedes Mal hier so irre Viel Gesundheit verlieren muss Komm hoch Stimmt So, was ist da unten? Sekunde Äh, Karte Da unten wird irgendwas rumliegen Ja, da ist ein Schalter, für den ich ein Zahnrad brauche Das Zahnrad gibt's da oben Ja, verrenkt doch alle Nichts Oh, was ist da hinten? Beide ich um So, was ist das? Die 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 Jetzt Maschinengewehr, das ist ein Aua, oder die Granaten, die da unten lagen. Bringt euch doch gegenseitig um. Aber leider können sie das gar nicht. Leider können sie sich nicht gegenseitig umbringen. Sehr schön, zumindest ein bisschen küschen. Bam, 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 raus. Bam, 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 bam. Zack. Zack, zack, zack. La, la, la. La, la, la. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei links, rechts, unten, unten und weg. So. Bam, 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 bam. Ja, ich weiß, ich bin übervorsichtig. Aber... Ich habe nicht mehr allzu viel Gesundheit. Und bevor ich sterbe... Was ich da unten eh machen werde. Ja, zack. Ah, das war jetzt doof. Bin ich lieber Hyper. Vorsichtig. Tschüss. Dem. Das war doof. Das war sau doof. Der ist noch grün. Das war. Hui. Ui! Samen da! Naja, wenigstens haben wir jetzt die Traps deaktiviert. Ja, voll Pfosten. So, ist ja nicht so, als ob ich zu wenig Gesundheit hätte. Deswegen können wir natürlich ruhig noch ein bisschen Gesundheit verlieren. Das ist schon alles okay, aber... So, wenigstens sind hier jetzt die Fallen deaktiviert. Ich hab noch drei Gesundheit. Das ist immerhin etwas. So, ich hab ne ganz normale Pistole. Na ja, das kriegen wir schon hin, irgendwie. Oh! Oh! Okay. Oh das letzte. Oh ne das jetzt. Ich habe einfach Sinn, senhan. fast ja dafür 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 haben wir es ja gleich ach komm jetzt stell dir doch nicht so an wie ein mädchen soll nichts gegen mädchen sein sind wahrscheinlich viele gamerinnen die wesentlich besser spielen können als ich hier offensichtlich sagt man hat nur so so dann bin ich mal gespannt ob wir es diesmal schaffen oder ob wir den nächsten continue brauchen den wir dann gleich wieder verbrutzeln so ja das will ich jetzt aber eigentlich nicht das ist riskant das ist auch riskant das ist alles riskant na komm explodier schon das will ich nicht explodieren ist unglaublich ach jetzt kommen da noch die her unglaublich ach jungen so so mir egal bam so ich glaube ich muss jetzt erstmal wieder für ein paar continue sorgen ähm wo waren das da war galldorf das heißt ich glaube es war direkt da drunter genau zack 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 alle aber das wollte ich doch eigentlich gar nicht ich wollte doch dieses ding mitnehmen aber bevor ich jetzt versterb äh versterb genau sterb und die das gebieten ich schaff ist das glaubt die bessere variante ähm jetzt sind wir da auch durch und die folge für heute ist eigentlich auch schon so gut wie erledigt wir können hier noch Den Realitätenkristall suchen Allerdings werden wir dieses in der nächsten Folge tun Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Und wünsche euch noch einen schönen Tag Auf Wiedersehen